Hi, meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video und zwar ich habe ein neues Mikrofon, ich wurde gerade verkabelt und ja, es ist hoffentlich schon jetzt funny, denn ich mache einen Song-Text-A-Prank an eine Freundin. Wir machen jetzt den Song-Text-Better von LenaX-Niko-San-Punkt. Irgendein Emoji? Ja, ohne Punkt. Ohne Punkt. Mit, ähm, Lachsmiley. Hey, das checkt sie aber direkt. Vielleicht kennt sie den Song nicht. By the way, meine Freundin macht auch YouTube. Ich verlinke euch ihren Kanal oben in der Infobox. By the way, tut mir danke, Hati. Sie ist gerade online. Sie hat es gewesen. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt. Ich mache schon wieder Lachsmiley. Okay, okay, jetzt warten wir. Ich glaube, wir sind jetzt checken, dass es ein Song-Text-Prank ist. Wie meinst du? Okay. Oh nein. Sie schreibt. Kann ich jetzt? Was ist los, Süße? Ich dachte, du bist meine Fahrt oder mein Tod. Ist du aus Deutsch? Nein, Österreich. Aber wir schreiben immer hochdeutsch. Kann ich jetzt? Ich hab's gelesen. Oh mein Gott. Song-Text-Prank. Ja, Süße, ist ein Song-Text-Prank. Ich mache gerade ein Video. By the way, du bist ein Video. Irgendeine Frage oder sowas du unbedingt sagen willst. Ich hab sie ganz gelöscht. Ja, du bist in mein Nepp. Ja, du bist in mein Nepp. Nicht mit mir, haha. Hey, YouTube. So, dann lassen wir's mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gib dem Wiener einen Daumen nach oben. Und vergesst mich nicht zu abonnieren. Und ja, by the way, meine Freundin hat noch was geschrieben. Und zwar nicht mit mir, haha. Hey, YouTube. Abo da lassen oder keine Kekse. Ich hab's gehört. Das war's. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. .